Hallo? Ihr redet mit uns nicht. Ganz recht für Teamwork. ABS drin. So, und ich habe ein schnelles Schiff. Ich kann ihn also ständig getagged halten. Das heißt, entkommen kann er uns nicht. Nur die Frage, ob wir ihn noch beschädigen können. Du hast ein Feeling Without Permissions auf RTS in Danish Waters. Er hat schon surrendered. Hat er? Er hat eine weiße Flagge. Cool. Er hat das ernst genommen, was du geschrieben hast. Der erste, der das ernst nimmt. Das ist ja ein Ding. Das ist das Schöne, dass ich das gleich als Video hochladen würde und sagen, typisches Verhalten von Briten im Seekrieg. Ja, das ist jetzt natürlich nur eine Eindura, aber gut zu nehmen. Kann man ja immer noch an irgendeinen Ubi verschenken. Oder Marc, hast du, wie viele Schiffe habt ihr denn so? Ich habe eigentlich meine Slots schon ziemlich voll. Wenn Marc mit uns redet, dann kriegt er es, wenn er nicht mit uns redet, nimm es ich. Marc hat sein Mikrofon aus. Hallo? Hallo? Ja? Ja. Ich nehme die schon. Gut. Du solltest sein Mikrofon auch anlassen, wenn wir im Team etwas machen. Ja, ich bin auf die Shift-Taste gekommen. Ich habe den anderen Kanal drauf gelegt. Achso, okay. Alles klar. Das war ja mal eine schnelle Aufgabe hier. Ja. Da habe ich mich heute gegen die Blöden...